Gruppenfoto mit dem Werkstattrat der Aachener Lebenshilfe. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum der Werkstättenmitwirkungsverordnung, kurz WMVO, die die Rechte der Beschäftigten mit Behinderungen in den Werkstätten regelt. Und vor 20 Jahren waren diese drei schon aktiv im Werkstattrat vertreten. Andrea Bongard, heute und damals. Regine Offergeld, auch heute und damals. Und Max Haberland, heute Vorsitzender des Werkstattrats und als junger Mann vor 20 Jahren. Beispielhaft möchten wir diese drei kennenlernen und mit ihnen eine Rückschau auf die letzten 20 Jahre mit der WMVO zu machen. Maya und Coco heißen die beiden Kanarienvögel, mit denen Andrea einen Großteil ihrer Freizeit verbringt. Coco habe ich seit 2018. Da war der drei Monate alt. Und Maya habe ich letztes Jahr geholt. Ich bin mit Tieren immer groß geworden, von klein auf an. Und hier war es zu still drin. Und aus dem Grund brauchte ich eben ein bisschen Tu-Babu. Hier, guck mal Maya. Spielerisch geht sie mit den beiden Vögeln um. Doch wenn es um die Rechte der Beschäftigten und besonders der Frauen geht, wird sie kämpferisch. Sie war die erste Frauenbeauftragte in den Aachener Lebenshilfewerkstätten. Früher gab es viele Austausche und Treffen. Und bei mir war es anfangs halt so, dass man da schon viel Werbung für die Frauenbeauftragte machen muss. Und dass ich eben auch Sprechstundenzeiten angeboten habe. Eine Frau hatte Geldprobleme. Da habe ich zu mehr Lohn verholfen. Und eine andere Person brauchte außerhalb meiner Unterstützung beim Frauennotruf. Also es steht fest, dass ich mich nochmal in den Werkstattrat, zum Werkstattrat aufstellen lassen werde, weil es so viel Spaß macht. Seit 2017 ist Regine die neue Frauenbeauftragte. Sie arbeitet in der Verpackung der Lebenshilfe. Soweit es ihr Engagement im Werkstattrat und als Frauenbeauftragte zulassen. Du bist ja zu mir gekommen, weil du ein Problem mit einem Gruppenleiter hattest. Und dann magst du mir das mal erzählen mit deinen eigenen Worten. Das hat mich teilweise akuriert. Am Ende habe ich dann das gemacht, was ich wollte so ein bisschen. Exemplarisch zeigt das Gespräch, dass die Position der Frauenbeauftragten auch nach 20 Jahren immer noch wichtig ist. Seit 2017 ist sie übrigens erst fest in der WMVO verankert. Seit 2017 besuche ich Fortbildungen und habe auch ein eigenes Budget, was auch immer sehr interessant ist, wenn man sich mit anderen Frauenbeauftragten aus anderen Werkstätten austauscht. Nehmen wir an den Quartalsgesprächen teil, die alle drei Monate sind. Und am Gewaltschutzkonzept habe ich mitgearbeitet. Im Aachener Werkstattrat herrscht Frauenpower. Doch Vorsitzender seit jetzt nun 20 Jahren ist Max. Und ohne sein Handy kommt er kaum noch aus. Er ist inzwischen auch überregional aktiv und vertritt die Interessen der Beschäftigten auf der politischen Bühne. Zum Beispiel in der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte in NRW. Max arbeitet schon lange mit Gerd Spreewald als Vertrauensperson zusammen. Diese Position ist ebenfalls in der WMVO festgeschrieben. Ohne Menschen wie Gerd, der für Max nun schon seit Jahren fast alles organisiert, wäre eine funktionierende Arbeit in den Werkstatträten kaum möglich. Hier und heute geht es gerade um anstehende Termine. Weil es gibt ja einige Leute auch im Werkstattrat oder Leute, die gewisse Dinge nicht können. Und deswegen ist da die Vertrauensperson dazu da, um diese Dinge ausgleichen zu können, damit der Werkstattrat quasi arbeitsfähig ist. Das hört sich alles so schön an und das ist aber auch ganz schön viel Arbeit. Gerd ist auch einer, der, wenn ich jetzt mal eine andere Seite brauche oder eine andere Sichtweise, dann frage ich ihn auch zum Beispiel, wenn ich mir unsicher bin, hör mal, soll man das so und so machen? Er gibt dann einen Ratschlag, aber er gibt nie das Gefühl, dass er das jetzt entscheidet, sondern wenn ich dann doch sage, wir machen es andersrum, dann läuft es. Also wir kommen gut miteinander klar. Die Anfangszeit war ein bisschen schwierig, weil auch Gerd musste sich natürlich in mich rein in dem Sinne finden und ich auch in seiner Denkweise so ein bisschen, das war ein bisschen häufig, aber das haben wir gut hingekriegt. Ja, die Zusammenarbeit ist gut, denke ich. Wir haben in den ganzen Jahren natürlich gelernt, miteinander umzugehen. Ja, es ist manchmal ein bisschen emotional, aber das liegt dann am Thema, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und ich versuche eben die Dinge zu ersetzen, die er nicht kann, leisten kann. Also dadurch, dass er nicht lesen und schreiben kann, muss er sich die ganzen Dinge im Kopf behalten. Und das sind viel bei seinen vielen Positionen, die er hat. Er ist so ein Allrounder, er kann eigentlich alles. Er ist so ein Typ Politiker und redet überall mit, ist überall präsent und ich unterstütze ihn da in dieser Richtung in allen Belangen. Damit die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung in der Praxis auch funktioniert, bedarf es einer aktiven Unterstützung durch die Geschäftsleitung der Werkstatt. Und die ist in Aachen schon seit 20 Jahren vorhanden. Und dann war es so, dass unsere Werkstatt mit Herrn Zimmermann zusammen haben wir angefangen mit dieser Mitwirkungsverordnung auch das wirklich zu leben. Das heißt, wir haben das nicht nur gesagt, wir wollen mit Bestimmung leben, also auf dem Papier, sondern wir haben das auch umgesetzt. Ich weiß auch, wie schwer sich einige Werkstätten dabei getan haben, eine Mitwirkung zu leben und die in ihrer Werkstatt zu implementieren. Aber wenn man so mal in die gesamte Landschaft reinguckt, war es von Anfang an eine Mitwirkung, die von beiden Seiten, von beiden Partnern auch gelebt wurde. Sowohl von Seiten der Werkstattbeschäftigten, die dazu qualifiziert werden mussten, als auch von Seiten der Werkstattträger, der Verantwortlichen in den Werkstätten, die auch erkannt haben, dass man gemeinsam etwas auf den Weg bringen kann, was nicht ohne die Beschäftigten geht. Durch das Engagement von Menschen wie Andrea, Regine und Max ist in den letzten 20 Jahren viel erreicht worden und neue Herausforderungen warten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017